Wenn ich eine Idee zugeworfen bekomme und ich sehe da Potenzial dran, dann kann ich die brutal groß machen, egal ob als Producer oder dann als Regisseur. Herzlich willkommen heute im Podcast, ich freue mich riesig, dass er da ist. Simon Knobloch, Simon ist 26 Jahre alt, er hat seit 5 Jahren angefangen, ist Filmemacher bei Skyboard Productions. Er ist jetzt aktuell noch beim Hope TV Sender, das ist so ein christlicher Sender, ist dort 50% Creative Producer und arbeitet auch noch die anderen 50% in der Regie. Er produziert nationale und internationale Filme, er bereitet jetzt zur Zeit vor eine 5x25 Minuten Miniserie, also so ähnlich wie Netflix. Bereitet auch noch vor eine Doku-Serie, eine 14x45 Minuten Serie. Das Ganze beginnt nächstes Jahr im Frühling und soll Ende nächsten Jahres auch fertig sein. Er hat jetzt gerade erzählt, er produziert jetzt die Zeitpläne und wie die ganzen Kalkulationen zusammen ist und so. Ich freue mich riesig, dass du Zeit hast, Simon. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung und ja, das beschreibt ganz gut, was ich zurzeit tue. Ja, cool, danke schön. Ja, ich schreibe mir das natürlich alles auf, aber es ist schwierig, das alles richtig voneinander zu kriegen. Fangen wir einfach an mit den drei Hauptthemen und zwar geht es um persönliches Ausrüstung, Workflow und Marketing. Simon, wenn dich jemand auf der Straße trifft, der dich nicht kennt und fragt dich, was machst du eigentlich vom Beruf, was würdest du dem sagen? Ich habe eine Zeit lang gesagt, ich bin Regisseur und Producer, damit konnten die Wenigen wenigsten was anfangen, was das konkret heißt. Deswegen sage ich, ich mache das, was du im Fernsehen angucken kannst. Das klingelt dann bei den Leuten meistens mehr. Also Leute, die mich schon länger kennen, bei denen sage ich dann, ja, Producer, die haben dann mit der Branche, wissen sie zumindest, das einzuordnen. Aber wenn ich wirklich ganz wild fremde Menschen treffe, ist das eher so, das, was du im Fernsehen guckst, das ist mein Job zu machen. Ja, sehr cool. Und wann hat das so angefangen? Also du hast ja vor fünf Jahren angefangen mit deiner eigenen Produktionsfirma. Wie ging das da so los? Das ist tatsächlich während dem Studium entstanden. Also ich habe 2013 angefangen zu studieren. Das ging dann drei Jahre und habe aber schon gleich während meinem Studium die ersten Jobs bekommen, weil der Kumpel vom Kumpel, dessen Vater hatte eine Firma und er brauchte einen Imagefilm. Und das wollte ich dann nicht schwarz machen. Ich bin eigentlich so ein grundehrlicher Mensch und habe gesagt, wenn schon, denn schon. Und dann gründe ich, weil das war eh sofort klar eigentlich, als ich den Beruf gewählt habe, dass ich selbstständig sein möchte, dass ich gründen möchte. Und dann hatte ich, glaube ich, drei Jobs oder sowas, die ohne Rechnung gelaufen sind. Und dann habe ich gegründet und habe am Ende des Jahres ganz artig die drei Jobs auch nachgetragen. Aber genau, habe ich Sommer 2014 gegründet, weil Jobs da waren. Ja, also es war nicht so, ich hatte Bock zu gründen, sondern die Nachfrage war tatsächlich da. Das war mein großes Glück. Ja, sehr cool. Das habe ich übrigens schon von ganz vielen gehört, dass das dann einfach so, oh, ja, jetzt möchte da einer einen Film haben oder ein Video und jetzt muss ich mal gucken, wie das dann, das ist ja schon so ein Rattenschwanz, der da hinten dran hängt mit Steuern zahlen und wie läuft das überhaupt. Und ich finde, das ist aber mittlerweile gar nicht mehr so schwer, glaube ich, da sich selbstständig zu machen und dann auf jeden Fall zu gründen. Ja, nee, ist es auch nicht. Also ich begleite immer wieder mal Kollegen oder Studenten, die dann in die Branche starten wollen auf eigene Beine. Und das ist immer so ein Riesenthema. Ich muss auch sagen, für mich war das am Anfang auch ein Riesenthema. Ich bin da auch in das ein oder andere Fettnäpfchen getappt, wo ich dann am Ende noch ganz gut bei weggekommen bin. Aber das, wenn man ein bisschen Hilfe bekommt, ist das echt gar nicht mehr schwer heutzutage. Was für ein Fettnäpfchen war das zum Beispiel? Ja, das sind zum einen halt so krass Dinge wie so maßlos verkalkuliert. Ja, das ist ja normal. Das ist, glaube ich, so der Standard am Anfang, aber auch so Geschichten wie halt Rechnungen komplett falsch gestalten. Also da habe ich mir halt irgendeine Vorlage im Internet gezogen und die war halt einfach komplett falsch. Also da haben sämtliche Angaben gefehlt, die halt wichtig waren. Und ja, die hat der Kunde mir dann halt zurückgegeben. Hat gemeint, bitte schick mir eine richtige Rechnung, weil er dann halt meinte, ich würde es schwarz machen und es wäre eine Fake-Rechnung oder sowas. Und dann, ja, habe ich das alles korrigiert. Also da bin ich immer, wie gesagt, mit einem blauen Auge davongekommen. Aber da gibt es also ein paar wenige Dinge, die man wissen muss. Und dann ist das eigentlich relativ easy, was man da, dass man selbstständig startet. Ich habe jetzt gerade dem Letzten, meine Schwägerin hat jetzt in einer ganz anderen Branche eine Selbstständigkeit aufgemacht. Das haben wir auch gemeinsam jetzt jetzt gemacht. Und das ging, innerhalb von einer Woche hatten wir alles zusammen, was wir brauchten. Und los ging es. Die hat jetzt die ersten Aufträge, ist glücklich und alles in trockenen Tüchern. Ja, sehr cool. Ja, das ist wirklich, das sind so kleine, banale Dinge jetzt, wo du es sagst, so mit Rechnungsstellen und auch mit diesem fortlaufenden Nummer und was man da so alles beachten muss. Und das ist schon nicht ohne. Du kannst nicht irgendwo auf dem Wischzettel schreiben, mein Name und überweis mal dahin. Das ist schon so. Ja, das heißt solche Geschichten, man ist noch während dem Studium, aber dann verdient man plötzlich mehr wie 450 Euro im Monat. Und dann fliegt man halt aus der Familienversicherung raus bei der Krankenkasse. Und wenn man das halt nicht weiß, kommt halt am Ende des Jahres eine fette Nachzahlung und die ist halt wirklich fett. Und da gibt es aber halt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Beiträge niedrig halten kann und man halt sofort das umstellen kann und so weiter. Aber das braucht man halt ein bisschen Hilfe oder muss sich gut einlesen. Ja, sehr gut. Aber es ist machbar. Also ich ermutige jeden es zu tun, der die Idee dazu hat. Ja, sehr cool. Scheitern ist heute nicht mehr so schlimm wie früher. Das ist wirklich so. Ja, und man muss auch kurzzeitig den Job nicht mehr zu Ende machen, den man einmal angefangen hat. Das ist ja eigentlich auch so. Ja. Was gefällt dir denn jetzt, bei mir geht es ja auch so um Video, Videografie, Filme machen, was gefällt dir denn da so am meisten dran? Ich mag es tatsächlich, Ideen groß zu machen. Also ich merke immer wieder in meinem Job, auch wenn ich in der Regie arbeite, ich bin einer, der weniger die krassen Ideen komplett selbst entwickelt, sondern ich kriege so eine Idee zugeworfen und dann heißt so, okay, jetzt mach mal was draus und dann fängt bei mir die Maschinerie an. Also wenn ich eine Idee zugeworfen bekomme und ich sehe da Potenzial dran, dann kann ich die brutal groß machen, egal ob als Producer oder dann als Regisseur. Da gehe ich richtig drin auf. Und was ich auch total mag, ist so, ja, der, der, ich hatte mal früher hatte ich so einen schönen Begriff, den ich mir zurechtgelegt hatte. Naja, genau, im Englischen war es der Solution Provider. Das heißt, du hast ein Problem und ich suche dir die Lösung und das zeitnah und so, dass es auch alles funktioniert und man keine Abstriche machen muss. Das ist so mein Lieblingsjob als Producer. Wenn es dann brenzlig wird, dann glühe ich sozusagen auf. Sehr cool. Wunderbar. So muss das, so ist eigentlich auch jedes gutes Unternehmen aufgebaut, dass du Probleme löst für andere. Das ist, so funktioniert es. Die Sache ist halt, ich sage halt immer so, Filme machen hat eigentlich relativ wenig Risiko, aber dieses Risiko kann dir halt alles zerhageln. Ja, und quasi dieses Risiko im Vorhinein so gut abzusichern, dass man Plan B und so weiter in der Tasche hat, dass das Risiko wirklich minimal ist und dann die Fähigkeit besitzen, wenn das Risiko tatsächlich eintritt, das dann abfedern zu können. Das, finde ich, ist die hohe Kunst beim Film aus Producer-Sicht. Du meinst jetzt bei der Production? Ja, also komplett in einem Projekt. Es gibt wenige Risiken, die man tatsächlich nicht absichern kann. Ja, zum Beispiel, was man nicht absichern kann oder, sage ich mal, was man nicht verhindern kann, sind zum Beispiel Unfälle. Du kannst dafür Versicherungen abschließen, für Datenverlust, für Verletzungen von Schauspielern, für Drehausfälle oder Sonstiges. Aber du hast keine Kontrolle darüber, ob es passiert oder nicht. Das ist so. Ja, ich kann kontrollieren, ob ich genug Autos habe oder nicht. Ja, ich kann kontrollieren, dass ich genug Menschen am Set habe oder nicht. Aber ich kann nicht kontrollieren, ob diese Menschen alle am Ende meines Drehtages noch gesund sind. Weil da stolpert jemand richtig das Bein oder sonst was. Ja, das kann immer passieren. Aber dann in dem Moment die richtigen Tools in der Hand zu haben, um dieses Risiko sofort abfedern zu können, wenn es eingetroffen ist, sodass die Produktion dadurch nicht gefährdet wird. Das ist für mich so die hohe Kunst des Producer-Daseins oder, sage ich mal, aus dem Produktionsdepartment. Das ist so, ja. Wann wurdest du denn bei dir genau professionell? Ja, das kommt darauf an, was man als professionell definiert. Also, ich wurde jetzt beim Sender gefragt, wie viel Berufserfahrung habe ich. Und ich sage mal, wenn ich sage, ab dem Moment war es mein Beruf, dann würde ich das auch als professionell betiteln. Und das war mit der Gründung von meiner Selbstständigkeit. Das war dann 2014. Ich hatte davor schon ein Jahr studiert. Also, ich habe, ja, ungefähr ein halbes Jahr nach meinem Studiumbeginn habe ich mich selbstständig gemacht. Habe davor schon ein paar kleinere Hobbyfilmprojekte, so wie halt jeder anfängt. Ich habe den Abifilm bei mir in der Stufe gemacht, irgendwie ganz cool aufgezogen. Ich habe irgendwie die Video-AG in der Schule ab und zu mal begleitet oder war da ab und zu mal dabei. Ich habe die Schultheater fotografiert und solche Sachen. Ja, aber so richtig professionell würde ich sagen ab 2014. Cool. Wenn ich jetzt jemand anders fragen würde, was jetzt deine Filmarbeit oder deine Videos besonders macht, was würden die mir sagen? Boah, das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich gar nicht so krass besondere Sachen mache, glaube ich. Also, in meiner Selbstständigkeit war ich ganz viel so, also, besonders nicht im Sinne von nicht besonders experimentell oder künstlerisch. Also, wir haben halt ganz viel in meiner, aus meiner Selbstständigkeit heraus, haben wir ganz viel so Referenzfilme gemacht. Das heißt, wir haben Kundenprojekte unseres Kunden abgefilmt. Zum Beispiel Gebäudeautomation. Unser Kunde war der Hersteller von den Bauteilen. Und wir haben quasi bei einem Gebäudekomplex abgefilmt, wie jemand diese Bauteile eingebaut hat. Die sehen nett aus, die Filme, aber sie sind jetzt nicht vergleichbar mit einem Kurzfilm oder mit irgendeinem krassen Spot von großen Unternehmen, die wir im Fernsehen sehen. Ja, da geht es eher so um Daten, Fakten. Das kann man schön aufbereiten. Aber die wenigsten Sachen hat tatsächlich jemand gesehen, weil die alle irgendwie bei Unternehmen auf der Festplatte sind für die interne Weitergabe. Okay. Deswegen, also, ich würde mich jetzt jetzt schwer tun zu sagen, ich mache so den einzigartigen Film. Das glaube ich nicht. Wir machen gute Filme, wir machen sehr gute Filme, aber wir haben jetzt nicht, wir sind keinen Wes Anderson oder sowas. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Film und Video? Das ist eine exzellente Frage, über die habe ich dem letzten nämlich auch philosophiert. Da hatte ich mal einen Versuch gestartet, in der Facebook-Gruppe darüber zu philosophieren. Der Versuch ging aber so ein bisschen nach hinten los. Kommt drauf an, an welcher Gruppe du bist. Wenn du in der Filmemacher-Gruppe bist, dann wirst du gesteinigt. Ja, das ist echt enttäuschend. Aber, ja, für mich ist der Unterschied zwischen Film und Video zum einen technisch, also Sensorgröße ist zum Beispiel so eine Sache, oder Anwendungsfall. Beim Fernsehen würde ich eher von Video reden, wenn ich jetzt die TV-Miniserie mache, rede ich eher vom Film. Das sind für mich so die Unterschiede, aber es hat für mich weniger was mit analog oder digital zu tun. Ja, da sagen auch viele, ja. Ja, cool. Dein Alleinstellungsmerkmal, was würdest du da selber sagen, was dich so besonders macht? Ich habe einen sehr, sehr breiten Wissensspektrum, was ich mitbringe. Also ich bin ein extremer Allrounder, deswegen werde ich bei uns im Sender auch manchmal so das Mädchen für alles im Videobereich und Produktionsdepartment herumgereicht. Also ich kann sehr schnell in Projekte einsteigen und meine Fähigkeiten einbringen, egal ob es jetzt Studiopumpe ist, ob es Kamera für Imagefilm ist oder ob es Schnitt ist, ob es Producer ist, Setaufnahmeleitung. Ich habe einfach in sehr vielen Positionen schon gearbeitet und habe auch durch ehrenamtliche Engagements, zum Beispiel die Tontechnik mache ich. Seit 2009 bin ich in einem ehrenamtlichen Team für Veranstaltungstechnik und mache da Tontechnik, bringe da eben auch sehr viel mit. Und das Besondere, was ich daran sehe, ist, dass ich extrem schnell erfassen kann, worüber ich mit einem Department reden muss, wenn ich bei einer großen Produktion bin und Fragen aufkommen und ich sehr schnell Verbindungen schaffen kann. Also wenn mein Audio-Department zu mir kommt und kommt mit einem Problem, dann weiß ich in der Regel sofort, worüber die reden, ohne dass sie es mir groß erklären müssen. Also die sagen, hey, wir haben hier ein Problem mit, wir haben Netzeinstreuung oder ähnliches, dann müssen die mir nicht erklären, woher das kommt. Sondern dann weiß ich, okay, entweder liegt Strom neben Ton oder wir haben halt krasse Funkmasten oder sowas. Das sind die zwei Hauptursachen für Netzeinstreuung. Und kann dann eben sehr schnell Lösungen finden als Producer oder Aufnahmeleiter. Ich glaube, das ist so mein Alleinstellungsmerkmal. Sehr cool. Wie bildest du dich denn weiter? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Zurzeit lese ich ein Buch, das heißt Live-TV-Produktion, glaube ich, von dem Chefregisseur von ProSiebenSat1. Ich vergesse den Namen nur leider immer. Also ganz klassisch Bücher lesen ist das eine, Fachbücher lesen. Und das andere ist Videos. Also entweder Videos und Filme. Ich habe tatsächlich eine ganze Zeit lang, war ich wöchentlich zwei bis dreimal im Kino und habe mir einfach jeden aktuellen Film angeschaut. Habe dann darüber auch gebloggt, wofür ich Geld bekommen habe. Also das war ein riesen, riesen Fortbildungsmechanismus, weil ich natürlich sehr viel Eindrücke an visuelle Arbeit bekommen habe. Und Ideen, wie man was inszenieren kann, wie man mit Licht arbeiten kann. Und ansonsten bin ich immer voll der Fan, bei so viel Produktion wie möglich dabei zu sein. Also ich war auch eine ganz lange Zeit, während meiner Selbstständigkeit noch, war ich auch teilweise auf Projekten einfach für Umme dabei. Nicht, weil ich dort einen Job hatte oder sowas, sondern weil ich einen Kollegen hatte, der hatte ein cooles Projekt. Und ich habe gesagt, lass mich mal vorbei, ich will zugucken. Mein erstes Kinofilmset, an dem ich war, das war 2017, glaube ich. Also es ist noch gar nicht so krass lange her, da war ich Blocker. Ja, da habe ich nachts eine Straße geblockt. Mit Warnweste und Taschenlampe stand ich da und habe eine Straße geblockt. Einfach, weil ich wissen wollte, okay, wie produzieren die einen großen Kinofilm? Das hatte ich noch nie gemacht zu dem Zeitpunkt. Mein Metier waren die Imagefilme. Oder mal zwei, drei Kurzfilme, wo ich mit dabei war. Und ich wollte einfach mal sehen, wie läuft es bei einem großen Kinofilm ab. Aber macht das nicht die Polizei die Straße sperren? Eigentlich? Nee, also du musst dir die Genehmigung holen beim Landratsamt, dass du die Straßen sperren darfst. Das haben wir nämlich damals für unseren Abschlussfilm auch machen müssen. Und dann kriegst du Ausschilderungspläne vom Landratsamt, wo du sperren musst, wo du Umleitungen schieben musst. Und dann bist du selber dafür verantwortlich, diese Schilder zu organisieren. Oder du übergibst die Aufgabe dem Landratsamt, dann kostet es halt ein Schweinegeld. Aber die Polizei tatsächlich sperrt da nichts ab. Also du bist da selber für zuständig. Die Polizei kann zwar kontrollieren und kann zur Unterstützung hinzugerufen werden, wenn es Probleme gibt. Aber du musst dich als Produktion selber drum kümmern. Du kannst entweder nur Schilder aufstellen. Das macht aber in Dörfern meistens relativ wenig Sinn, weil auf dem Dorf interessiert so ein Schild niemand. Die fahren halt trotzdem. Das ist, wenn du in Berlin irgendwo vorm Brandenburger Tor die Straße sperrst, da fährt erstmal keiner durch. Ja, da ist halt die Straße zu, aber auf dem Dorf, da kommt der Trecker vorbei, dem ist wurscht, ob du dem gesagt hast, da ist Stopp oder nicht. Also der heizt durch und dann sieht er, da passiert was, dann bleibt er stehen, lässt den Motor laufen, ist die Aufnahme erstmal im Eimer. Mal alles erlebt. Das klingt alles nach Erfahrung, ja. Ich habe letztes Mal vom Kollegen gehört, dass auch irgendein Pärchen mitten durch die Szene durchgerannt hat und hat dann auch erstmal gefragt, was die da machen. Nee, das gehört, glaube ich, irgendwas dazu, ja. Ja, ja, aber das macht ja auch Spaß. Also das sind ja auch manchmal so die Highlights am Drehtag, wenn dann so jemand kommt und wirklich überhaupt nicht checkt, was gerade abgeht. Und dann erzählst du es ihm und dann so, oh was, tut mir voll leid, habe ich ihm jetzt große Probleme bereitet. Ich habe das ja immer, wenn ich auf Hochzeiten bin und lasse meine Drohne steigen, sobald das Ding in der Luft ist, irgendeiner kommt immer an und quatscht mich zu. Und mittlerweile sage ich dann auch, seien Sie mir nicht böse, aber ich muss mich hier wirklich konzentrieren. Und ich kann Ihnen nachher, wenn das Ding am Boden ist, Ihnen alles erklären, was Sie wollen, aber jetzt habe ich gerade keine Zeit. Weil das ist für die meisten, weil die wollen und gucken hier und da und naja. Was macht denn deiner Meinung nach ein Video unvergesslich? Ein Video unvergesslich machen für mich Emotionen. Also wenn ich, wenn ich an, das ist so, dass, wenn ich mich an etwas erinnere, dann sind es immer Emotionen gepaart mit einem Bild. Ja, das ist so, was für mich, ja, ein Video oder einen Film unvergesslich macht. Was machst du in deiner Freizeit, um von dem ganzen Producer-Stress wegzukommen? Ich verbringe so oft wie es geht Zeit mit meiner Family. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt seit fast eineinhalb Jahre, mit der verbringe ich sehr gerne Zeit. Natürlich auch mit meiner Frau, ja. Die gehört natürlich auch mit dazu. Da sind wir immer ganz gerne unterwegs. Und ansonsten, ja, das war es auch eigentlich. Das ist so das Problem, wenn man das Hobby zum Beruf gemacht hat. Ja. Ja, und wenn man dann mal verheiratet ist und hat ein Kind, dann ist eh kein Hobby mehr. Das ist eh, oder keine Freizeit mehr, besser so gesagt, ja. Ja, wobei, ich kann schon immer wieder selber Sachen machen, aber das driftet dann halt sehr schnell ab wieder. Ich gucke mir irgendwas an, was ich dann auf der Arbeit gebrauchen könnte oder sowas. Ja, das kenne ich. Ja, ich habe noch jetzt im Frühjahr das erste Mal so richtig groß bei uns im Garten ein bisschen Gemüse angebaut. Okay. Das habe ich früher mit meinem Dad eine lange Zeit gemacht, mal mit mehr, weil mit weniger Freude. Und das habe ich mir jetzt so ein bisschen auch als körperlichen Ausgleich geholt. Habe im Frühjahr dann die ganze Wiese umgegraben und Beete angelegt und sowas. Kann jetzt die ersten Sachen ernten. Und das zwingt mich regelmäßig rauszugehen, also zumindest in die Gartennatur zu gehen, frische Luft zu schnappen und mich da ein bisschen abseits des Computers aufzuhalten. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Wenn ich das wüsste. Also, ich weiß nicht, wo ich arbeiten werde. Ich bin ein sehr wirkungsorientierter Mensch, aber ich sehe mich in zehn Jahren an einem Ort, wo ich mit den Dingen, die ich produziere, Wirkung erziele bei Menschen. Also, ich möchte nicht einfach nur Produktionen in zehn Jahren machen, die die Leute sich angucken und wenn sie es ausgeschaltet haben, dann haben sie es auch ausgeschaltet. Sondern ich möchte auch in zehn Jahren noch Produktionen machen, wo die Leute danach einen Denkanstoß bekommen haben, wo sie vielleicht einen Impuls bekommen haben, wo sie was verändern können, wo sie einen Gedanken mitgenommen haben, der sie im Leben bereichert. Ja, cool. Wo das ist, keine Ahnung. Kann der Sender noch sein, es kann die Selbstständigkeit sein, es kann ein anderes Land sein. Da, wo die Möglichkeit ist, das zu erreichen. Sehr cool. Ausrüstung, Workflow wäre das nächste große Thema. Mit welcher Ausrüstung hast du denn angefangen? Ich habe angefangen mit einer Sony Alpha 77. Das war einer der ersten DSLMs. Also, es war keine echte Spiegelreflex mehr, es ist ein halbtransparenter Spiegel drin. Von Sony die erste Kamera, die da eine Videofunktion mit dabei hatte. Leider sehr, sehr eingeschränkt. Also, ich habe kein Clean HDMI Out bekommen. Ich konnte kein Ton manuell steuern. Lauter solche Einschränkungen hatte man da früher noch. Ein sehr, sehr komischer Codec, dieses AVCHD, aber in einer ganz schlimmen Komprimierung. Aber das war mein Start. Ja. Und da davor habe ich mit einer Alpha 350 fotografiert. Das haben nämlich meine Eltern mich noch gezwungen. Und da bin ich ihnen heute auch dankbar für. Zuerst fotografieren und dann filmen. Cool. Okay. Also, ich habe 2008 habe ich mir die Kamera gekauft. Damals teils geschenkt bekommen, teils noch selber zum Geburtstag das Geld beigesteuert, dass es auch gereicht hat. Und dann zwei Jahre lang fotografiert. Drei Jahre. Lass mich überlegen. Mit 16 habe ich die Fotokamera bekommen und mit 18 tatsächlich meine erste Kamera, die filmen konnte. Cool. Welche Ausrüstung nutzt du jetzt? Ich habe ein ganz, ganz kleines Kit. Das ist auch die Kamera, mit der ich gerade filme. Das ist eine Sony Alpha 6500. Habe dazu diverse Optiken, aber sehr, sehr klein. Also auch jetzt nichts krass hochwertiges. Das hochwertigste Objektiv, was ich habe, ist ein 70-200-2.8 von Sony. Das ist die G-Optik, also dieses klassische weiße Fototele-Optik. Ansonsten habe ich noch ein paar Valimax Video-DSLR-Optiken, Festbrennweiten, ein, zwei Kit-Objektive und ein bisschen Licht. Also, ich habe ein kleines LED-Set mit drei Panels, kleines 800-Watt-Set. Alles, was noch so aus den Jahren, ja, 2013, 2014, was da so in war. Da habe ich aktiv Equipment gekauft. Danach eigentlich tatsächlich gar nicht mehr, weil ich dann nur noch gemietet habe. Welche Programme verwendest du zum Schnitt? Sound und Effekte? Sound gar nichts, weil ich das extern machen lasse. Effekte und Schnitt Adobe Premiere und After Effects. Hast du noch irgendwas, was auf deiner Wunschliste steht, was du dir dann gerne noch kaufen möchtest? Ähm, ja. Es gibt viele Dinge, die ich gerne mal hätte zum Spielen. Ich würde mich unglaublich gerne mal wieder mit Steadicam tatsächlich befassen. Gimbal finde ich spannend, reizt mich aber nicht so sehr, weil es alle machen. Auch wenn man super coole Ergebnisse damit bekommt. Also, da habe ich gar nichts gegen einzuwenden. Und ich habe das auch schon zwei-, dreimal bei meinen Produktionen verwendet. Aber ich habe damals während meinem Studium das Basic-Tiffen-Zertifikat gemacht mit einer echten Steadicam. Und das hat mir brutal viel Spaß gemacht. Das hat sich bloß leider nie ergeben, das weiter zu verfolgen. Zum einen wegen der finanziellen Investitionen, sich ein eigenes System zu kaufen. Und dann auch, weil sich einfach beruflich anders entwickelt hat. Aber das wäre tatsächlich so eine Geschichte, wenn ich mal zu viel Geld hätte und Steuern sparen muss, dann würde ich das für eine Steadicam wahrscheinlich ausgeben. Cool. Wie viele Tage rechnest du denn für deinen Schnitt? Bei welchem Projekt? Wenn du jetzt zum Beispiel deine Doku-Serie drehst. Sag ich mal, du drehst jetzt einmal, einmal 45 Minuten. Mhm. So runtergebrochen. Also die Doku hat verschiedene Elemente. Wir haben einmal Re-Enactment-Szenen. Die kriegen einen Schnitt im Prinzip wie eine szenische Produktion. Für diese zwei, drei Minuten würde ich mal schätzen, dass wir so einen Dreiviertel-Tag brauchen. Ähm, dann kommen Sprecher-Szenen dazu. Die haben eigentlich ein vorgefertigtes Skript und ein Drehbuch, die wir uns da bewegen. Das ist mehr oder minder ein Aneinanderreihen. Da schätze ich auch, dass wir nochmal einen halben bis Dreiviertel-Tag für brauchen, bis wir da die richtigen Takes und so weiter haben, dass das auch framegenau geschnitten ist. Dann haben wir noch Animationen, die eingebunden werden müssen. Also ich schätze, dass wir so auf zweieinhalb bis drei Tage kommen, dass wir einen Rohschnitt haben. Mhm. Cool. Ähm, Effektivität, Effizienz. Wie erreichst du, hast du da irgendwelche Tipps, wie man das besser erreicht, wie man zum Beispiel mehr Filme produzieren kann, mehr Freizeit hat und weniger Stress? Hm. Also das eine, was mich brutal produktiv und effizient macht, ist ausreichend schlafen. Also ich schlafe jede Nacht acht bis zehn Stunden. Ähm, und das tut mir sehr gut, weil ich dann den Tag besser nutzen kann. Ähm, ich persönlich bin eher der Morgenmensch. Das heißt, ich sitze morgens spätestens um sieben im Büro und beginne zu arbeiten und habe in der Regel bis zehn alle meine Tagestodos geschafft und kann ab zehn mich um Tagesaktuelles, was reinkommt, kümmern oder um Langzeitprojekte. Ähm, To-Do-Listen. Ganz große Dinge. Also ich hatte heute eine To-Do-Liste, die ich mir geschrieben habe und, äh, habe am Ende bei der Zeiterfassung, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht, um alle meine Sachen, die ich gearbeitet habe, auf die einzelnen Projekte zu buchen. Ähm, dass die dann auch richtig zugeordnet sind von dem Zeitaufwand. Ähm, und wissen, was man tut. Also eigene Bildung ist tatsächlich das, was mich am effizientesten gemacht hat. Also spätestens nach einem Projekt, wo ich eine Unsicherheit in einem Bereich gespürt habe, habe ich geschaut, dass ich da fitter werde oder, dass ich mir beim nächsten Mal dazu externe dazu hole, die das machen können. Ähm, und, äh, dadurch habe ich eigentlich meine Effizienz gespeichert. Das sind auch so Dinge wie, ich habe von Anfang an einen Steuerberater. Ähm, habe ich lange auch mit Kollegen diskutieren müssen, warum ich das nicht selber mache. Da gibt es doch Cevdesk und lauter solche Geschichten. Ähm, so, ja, ich schreibe meine Rechnungen selber, ich schreibe auch meine Angebote selber, ich mache auch meine Umsatzsteuer einmal im Quartal selber, aber den Jahresabschluss, den gebe ich ab. Das ist mir a, zu heikel, als dass ich da einen Fehler machen würde und b, brauche ich so viel länger wie meinen Steuerberater dafür. Da kann ich in dieser Zeit das weitaus mehr verdienen, als ich ausgebe für meinen Steuerberater. Ja, und das macht keinen Spaß. Ja, das ist Typensache. Also, ich finde bei der Steuer immer wieder ganz spannend, wenn ich es für einen Steuerberater vorbereite, macht es mir in dem Sinn Spaß, weil ich dann nochmal so einen Jahresrückblick bekomme. Wenn ich mir die ganzen Rechnungen, die ich gestellt habe und die Rechnungen, die ich ausgegeben habe, mir anschaue, ist es nochmal so ein Jahresrückblick für mich immer. Ähm, aber das Einzelte auf Kontenbuch, man muss halt brutal genau sein. Und, ähm, ja, ich bin eher ein, äh, ich weiß nicht, ob du das DISC-Modell kennst, dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, äh, von den vier Charaktertypen. Ähm, ich bin, äh, ich habe mehr Dominanz als gewissenhaft. Okay. Nein, das kenne ich nicht. Ich kenne das, das Zing-Modell kenn ich. Also, es gibt so diese, diese vier, diese vier klassischen Charaktertypen. Ich weiß nicht, der Tobias Beck hat das mit Hai, Delfin, Eule und Wal. Das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Genau, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Ja. Genau. Ähm, und, und Buchhaltung ist so eine klassische Eulen-Aufgabe. Genau, ja. Ähm, und, und ich bin aber, also ich habe mehr Hai und, äh, also Delfin und Wal habe ich ganz, ganz wenig. Und, äh, am stärksten ist Hai und, äh, dann nochmal ein bisschen Eule. Dementsprechend, ich kann meinen Spaß an der Buchhaltung finden, aber wenn es zu viel ist, habe ich keinen Bock mehr drauf. Sehe es, da sehe ich einfach sinnvollere Dinge zu tun. Wenn ihr jetzt nicht verstanden habt, worüber Simon gesprochen hat, dann geht mal auf Gedankenkanten, Gedanken tanken auf YouTube. Ja, unbedingt. Und guckt mal euch Tobias Beck an. Dann habt ihr verstanden, das erklärt er, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten und auch sehr, sehr lustig, was da der Unterschied ist zwischen diesen Persönlichkeitstypen. Es gibt sogar, was ich jetzt gelernt habe, es gibt sogar insgesamt sieben Persönlichkeitstypen, aber diese vier sind halt drunter gebrochen. Und das Krasse ist, das kommt sogar noch aus der Antike. Also das ist wirklich hohe Kunst. Wenn man da hinterblickt, das ist wirklich interessant, auch beim Verkaufen, wenn es darum geht, was für ein Persönlichkeitstyp ist das eigentlich. Und zum Beispiel der Gründer von Gedanken tanken, der hat auch gesagt, dass krass, dass wenn du dann nur ein Persönlichkeitstyp bist, dann bist du krank. Also wenn du nur Hai bist oder wenn du nur Eule bist, dann bist du krank. Dann ist irgendwas nicht gut. Naja, nee, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe das Video gefunden, ich habe es geliebt, ich habe es ganz vielen Freunden gezeigt. Zum einen, dass sie mich verstehen, zum anderen, dass sie ihre Mitmenschen verstehen. Aber der erzählt ja die Story von einem Versicherungsvertreter und die ist so lustig, also wirklich. Ja, ja, nee, also es ist schon für den einen oder anderen, glaube ich, augenöffnend. Und auf der Arbeit haben wir eben diesen Disk-Test gemacht. Das heißt ein bisschen anders, ist aber genau das gleiche Prinzip. Aber ein bisschen seriöser, sagen wir mal so, für die, die es Recht und Ordnung brauchen und seriös, wo kein Hai und keine Eule drin vorkommen darf. Als Beispiel, da muss das Disk-Test heißen. Bayer Personas und da hat er das mit diesen sieben Persönlichkeitenstypen differenziert und dann hat er auch die ganzen Werte, also es geht mehr um das emotionale Wertesystem eines Menschen, hat er dann differenziert und das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Und wenn du das so siehst, und da hat auch zum Beispiel, was sehr interessant war, zum Beispiel das Alter bestimmt. Du hast mir vorhin bei der Zielgruppendifilierung von deinem Film, hast du mir sofort das Alter genannt, dass das extrem wichtig ist, weil wir in den Alters-Lebensphasen komplett anders ticken, weil wir andere Probleme, Bedürfnisse und so haben. Also das fand ich auch sehr, sehr interessant, ja. Ich sage immer, wer Menschen kennt, hat Macht. Also Worte, Worte ist das eine, Worte sind Macht, wenn du mit Worten umgehen kannst. Also Rhetorik ist ein ganz starkes Ding. Und das andere ist, wenn du Menschen lesen kannst. Also wenn du verstehst, wie dein Gegenüber tickt, das nennt man dann so emotionale Intelligenz, das ist extremst mächtig. Und das kann man natürlich positiv und negativ nutzen. Aber das ist, also egal, ob man das im Verkauf anwendet oder im Zwischenmenschlichen, in der Personalführung, was ich als Producer tagtäglich habe im Prinzip, das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Sehr cool. Das heißt, du hast dich da extrem gut mit auseinandergesetzt. Ja, finde ich sehr, sehr interessant. Über das Thema könnte ich mit dir auch noch stundenlang reden, aber sonst ... Wir gehen mal weiter. Schalten die gleich alle ab. Marketing. Mit welchen Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger am sinnvollsten? Oh, das ist tatsächlich ein Bereich, der muss ich ... Ich will nicht sagen, dass ich passen muss, aber ich muss sagen, ich habe selber sehr, sehr wenig Marketing gemacht. Und das Effektivste, was ich immer noch finde, was ich immer Leuten rate, ist, mach dich bekannt, aber nicht auf stumpfe Art und Weise, sondern durch Leistung. Also, liefer ab und gute Qualität setzt sich durch. Und das andere ist, lern Menschen kennen. Ja, also, ich habe auch schon Online-Anzeigen geschaltet, ich habe schon Kaltakquise gemacht, mit Briefe verschickt und so weiter. Null Response, gar nichts. Vielleicht auch, weil ich kein SEO-optimierter Mensch bin, der alles im Internet beherrscht. Aber tatsächlich, was am erfolgreichsten war, so was ich mitbekommen habe, ist Menschen kennenlernen. Also, deine Kunden kennenlernen vor allem. Wenn ich Producer bin, sind meine Kunden die Unternehmen. Dann gehe ich vielleicht auf eine Leistungsschau im nächsten Ort, wenn da eine ist. Und da an den Messeständen stehen vermutlich Marketing-Menschen, die meine potenziellen Kunden sind. Wenn ich ein Kameramann bin, dann muss ich Regisseure kennenlernen. Die lerne ich vielleicht auf einer Branchenveranstaltung kennen, wie in einem Filmfestival oder Ähnlichem. Also, ja, die Gegenden aufsuchen, wo meine Kunden sind und Menschen kennenlernen. Sehr cool. Das ist für mich tatsächlich, ja. Und dann am Ende, wenn man Menschen kennt und wenn man dann Aufträge hat, dann konsequent ein Branding durchziehen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch so mein T-Shirt heute an. Ja, das war eins der ersten Dinge, die ich gemacht habe, als ich Aufträge hatte. Ich habe für meine komplette Crew Arbeitskleidung bestellt und wir sind alle mit meinem Branding aufgetreten. Ich habe in der Website, ich habe mir sofort ein Logo machen lassen, professionell. Weil wenn du bekannt bist, dann muss irgendwas assoziiert werden. Und jetzt vor allem bei meinem Namen, der jetzt nicht so jedem im Ohr klingelt, mit meinem Nachnamen Knoblauch, das wird sehr oft verwechselt mit Knoblauch oder sonst irgendwas. Lieber irgendwas Einprägsames, ein Branding. Hat in meinem Fall sehr gut funktioniert. Und jetzt schwenke ich langsam um, nach sechs Jahren mittlerweile, dass ich das Logo mit meinem Namen verbinde. Sehr cool. Das hat zumindest bei mir sehr gut funktioniert. Gibt auch andere, die, sage ich mal, direkt mit ihrem Namen erfolgreich sind, dann aber eher, sage ich mal, im Regiebereich oder im Kamerabereich. Dadurch, dass ich ja immer im Prinzip als Full-Service-Dienstleister aufgetreten bin, war es immer halt ein Firmenname, der meistens auch mehr Seriosität geweckt hat. Weil ein Name steht immer für so ein Ein-Mann-Unternehmen, was ich ja im Prinzip immer war. Aber bei einem Kunden, der irgendwie Millionen Umsätze macht, wirkt ein Firmenname einfach seriöser wie ein Ein-Mann-Unternehmen. Das ist so, ja. Ich würde gerne mal kurz unterbrechen, du hast ja deine Kamera selber auf Recording stehen, oder? Dass du mal kurz nochmal das Recording nochmal checkst, vielleicht? Ja. Alle Aufnahmen laufen soweit. Passt. Ich habe noch 164 Minuten auf der Karte. Hast du das? Ach so, du nimmst jetzt über deinen Computer auf selber. Ich nehme über einen Video-Assist von Blackmagic auf. Ah, okay. Ich habe den Atem Mini vorgeschaltet. Ja. Und aus dem Atem Mini kriege ich mein Kamerasignal direkt in den Video-Assist. Und über USB-C habe ich ihn als Webcam angeschlossen an meinen Computer. Nee. Somit laufen die Systeme unabhängig voneinander. Bist du begeistert von dem Atem Mini? Ich liebe ihn. Hast du den Pro oder den Mini einfach? Nee, ich habe nur den Mini. Ich habe nicht den Pro, weil wenn ich streame, streame ich über OBS, weil ich da noch ein paar mehr Funktionen habe wie in dem Pro. Und läuft gut. Wenn du streamst, streamst du über OBS und nicht über Streamlabs OBS. Ist das richtig? Ich streame über OBS Streamlabs OBS. Gibt es da noch was anderes? Ja, da gibt es noch was anderes. Dom frag ich so doof. Ich kenne nur OBS. Ich kenne nur OBS. Alles klar, wunderbar. Ich finde es auch sehr kompliziert. OBS, mega geiles Programm. Aber ich finde es extrem kompliziert. Dadurch, dass es für mich Alltag ist, mit Schalten, Broadcast und so weiter zu arbeiten, bin ich da recht schnell reingekommen. Ja, also ich kann nur Positives berichten. Ich hatte auch noch keine Abstürze von dem oder sowas. Ich habe da dem letzten Webinar gemacht. Das war mehr als cool. Ich habe mit vier Videoquellen gearbeitet und Einblendungen und schieß mich tot. Alles halt nur über den Arte Mini und OBS und währenddessen das Webinar gemacht. Cool. Das war der Hammer. Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und der Arte Mini, der kommuniziert auch mit OBS dann? Ja, der ist ja im Prinzip, der Arte Mini ist ja einfach nur eine Webcam im Prinzip an meinem Computer. Und in OBS habe ich dann die Webcam-Quelle Arte Mini. Und am Arte Mini kann ich meine Quellen umschalten, wie ich möchte. Und wenn ich dann noch eine Zusatzquelle haben möchte, zum Beispiel vom Computer, dass ich ein Screen noch reinbringe, kann ich den entweder am Arte Mini über ein extra HDMI anschließen, über einen zusätzlichen Laptop. Oder im OBS tue ich einfach nur halt dieses Fenster dann als zusätzliche Quelle nehmen. Und dann kann ich da aber zum Beispiel noch ein Wasserzeichen reinpacken, was ich dann aber in meiner Aufnahme jetzt über ein Videoassist, habe ich das Wasserzeichen dann nicht drinne, weil das ja vor dem Computer aufgenommen wird. Ja, alles klar. Verstehe. Verstehe die Abfolge, ja. Ja, cool. Das heißt, du machst dann auch doppelt gemoppelt. Du machst dann nicht Streaming nur, sondern du nimmst es auch auf und dass du es dann hinter Kürzen, Schneiden, zusammenpacken kannst. Ja, je nach Anwendung. Aber in dem Fall habe ich das schon gemacht, ja. Und ich nehme halt mein Videoassist als Vorschau-Monitor. Also, weil ich nicht immer das Webcam-Fenster offen habe, wo ich mich selber sehe oder wo ich gerade das Bild sehe, habe ich halt mein Videoassist immer noch als Vorschau-Monitor im Prinzip da, damit ich gerade sehe, was ins Stream rausgeht. Sehr cool. Cool, dann können wir einfach so weitermachen. Wie hast du denn deine Zielgruppe definiert? Meine Zielgruppe, die hat sich tatsächlich ein bisschen selber definiert, dadurch, also durch die Aufträge und ich habe dann im Prinzip nur noch gelenkt. Also, ich hatte am Anfang, hatte ich so verschiedene, ich habe Event-Zusammenschnitte gemacht, ich habe ein, zwei Hochzeiten gemacht, ich habe Image-Filme gemacht und habe aber auf der Webseite nur das platziert, A, was ich gut fand. Es gab auch Projekte, die fand ich nicht gut, die habe ich nicht auf die Webseite gepackt und was ich in Zukunft machen möchte. Und da haben zum Beispiel Hochzeiten nicht dazu gehört. Also, da habe ich großen Respekt vor dir, dass du das regelmäßig machst. Ich habe auf Hochzeiten einfach keinen Gefallen gefunden. Es ist krass, ja. Es ist burnout-mäßig krass, ja. Das ist das eine. Das ist das eine. Das andere ist, ich hatte halt zwei so semi-coole Erfahrungen mit Hochzeitspaaren, die halt mir so Beispielvideos geschickt haben, wo die Hochzeiten auf Santorini oder sonst wo stattgefunden haben. Und natürlich mega aussahen. Wahrscheinlich mit einem Budget von 8.000, 9.000 Euro. Und ich selber durfte es dann halt irgendwie so für 2.000 Euro machen in einer echt schäpigen Stadthalle. Und dann wurde ich am Ende gefragt, warum es nicht so aussieht wie in dem Beispielvideo. Und dann konnte ich halt nur sagen, ja, tut mir leid, ihr hattet halt auch eine nicht so schöne Location. Ja, und das habe ich zweimal gemacht. Dann habe ich es noch einmal für Freunde gemacht. Und ja, ich esse lieber auf Hochzeiten, als dass ich filme. Ja, das ist wirklich krass. Ja, das ist wirklich, was du meinst mit den Vorstellungen. Aber es gibt ja auch so geile Vergleiche mit der Vorstellung meines Kunden und das tatsächliche Budget meines Kunden. Das sind ja Welten. Naja. Das ist ja, ja, ja. Naja, also ich habe dann, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe dann tatsächlich einfach die Sachen mehr in der Öffentlichkeit präsentiert und darüber geredet, über die ich auch machen möchte. und ich meine, es ist kein Geheimnis, dass in der Werbebranche das meiste Geld liegt und dass man da noch sehr gut seine Brötchen verdienen kann und wenn man da Spaß dran hat. Und das hatte ich, habe ich, also es ist überhaupt nichts Verwerfliches, da sich rein zu spezialisieren. Und das haben wir gemacht. Ich hatte da noch einen Kollegen, der meistens dann die Produktionsdienstleistung gemacht hat und ich habe den kreativen Teil übernommen. Cool. Und da haben wir dann eben, ja, also vom kleinen Familienunternehmen irgendwie mit fünf Mitarbeitern bis zu einem Softwarehersteller mit 50 Mitarbeitern bis zu Weltkonzernen. Also wir haben alles irgendwie bespielt. Hatten extremst coole Locations. Also da wäre ich sonst niemals hingekommen. Und das habe ich dann natürlich präsentiert. Darüber habe ich geredet und so hat sich automatisch dann die Zielgruppe definiert. Ja, cool. Eben vor allem in diesem Referenzfilmbereich. Da haben wir ganz, ganz viel gemacht. Sehr cool. Kundengespräche. Gehe ich mal zurück. Wie hast du dich denn damals auf Kundengespräche vorbereitet? Heutzutage machst du das ja nicht mehr so groß. Aber wenn ich jetzt zurückgehe auf diese Imagefilm-Geschichte, wo du da in dem Bereich warst und sag ich mal, du bist jetzt beim Konzern, hat man ja schon andere Voraussetzungen, als wenn du jetzt mit einem Familienunternehmen redest. Ja, das auf jeden Fall. Also zum einen ist natürlich ein bisschen anderer Kleidungsstil angesagt. Also wenn ich jetzt bei Bosch aufschlage, dann muss ich nicht irgendwie in ausgelatschter Jeans ankommen und irgendwie den letzten Schuhen, die ich gerade noch im Regal gefunden habe. Da kommt man dann irgendwie ein bisschen schicker, trotzdem lecher, dass es authentisch bleibt. Also ich habe da meistens irgendwie ein Poloshirt und eine schicke Jeans oder eine Gino-Hose oder sowas. Das ist das eine, was ich natürlich an den Kunden anpasse. Also ich versuche nicht, ich versuche da nicht aus der Reihe zu fallen, weil ich einfach nicht so ein Standing habe, dass ich machen kann, was ich will. Also ich bin halt bei solchen Kunden trotzdem ein Austauschkandidat. Wenn denen meine Nase nicht passt, dann suchen sie sich jemand anderen. Das ist nun mal so. Der Markt ist groß. Dementsprechend habe ich da versucht, mich auf jeden Fall auf den Kunden visuell anzupassen. Natürlich auch ist so Rhetorik eine Geschichte, dass man da anpasst. Wenn ich irgendwie im schwäbischen Urland bin, dann muss ich hier nicht mit einem gestochenen Hochdeutsch kommen. Dann passt es auch, wenn ich ein bisschen mein Schwäbisch raushängen lasse. Natürlich nicht übertrieben, aber ist dann einfach eine Verbindung, die man darüber aufbauen kann. Wenn ich bei Bosch bin oder ich habe da mit internationalen Partnern zu tun, dann muss ich natürlich mein schönstes, nicht vorhandenes Business-Englisch auspacken, dass ich da möglichst seriös rüberkomme. Das sind so, sage ich mal, die formalen Sachen. Und inhaltlich natürlich sollte das Unternehmen ein bisschen kennen. Also zumindest mal die Website sollte ich angeschaut haben. Wo sind die aufgestellt? Was machen die überhaupt? Also das Schlimmste ist, wenn man einen Kunden antrifft und man hat keine Ahnung, was der macht. Das ist immer so. Aber und was machen sie nochmal genau? Also da sollte man davor schon ein bisschen vorbereitet sein. Und dann versuchen, den Flow vom Kunden mitzugehen. Also wenn der Kunde gerade einen extrem energetischen und dynamischen Flow hat an seinen Ideen, dann sollte ich diese Energie aufnehmen und dahingehend lenken, wo ich nachher das Produkt platzieren möchte. Zum einen von der Qualität und zum anderen vom Budget. Also es hilft nicht, wenn der Kunde mega, mega Dynamik hat, mega motiviert ist, dann erstmal so und jetzt mal langsam. Jetzt müssen wir erstmal von vorne anfangen. Das hilft in der Situation nicht, weil der Kunde fühlt sich dann einfach doof. Entweder fühlt er sich so, er behandelt mich jetzt wie ein Kind, weil ich überdreht bin und er muss mich jetzt ausbremsen. Oder es ist halt so, ja toll, der ist ja gar nicht motiviert, mein Projekt zu machen. Also das habe ich auch relativ schnell gelernt, eben da so die Energie mitzunehmen und das dann zu nutzen. Also dann kann ich gegebenenfalls sogar die ein oder andere Idee größer machen und mehr verkaufen, wenn man jetzt in diesen Verkaufsbereich reingeht, weil ich nehme einfach diese Energie mit, pack noch eine Schippe oben drauf und wenn ihm die Idee gefällt, ist sie schon so gut wie verkauft. Genauso eben gegenteilig, wenn der Kunde noch ein bisschen vorsichtiger ist, weil er noch nicht weiß, was ist Videoproduktion überhaupt, dann muss ich natürlich viel mehr erklären. Was passiert bei einer Videoproduktion? Was sind die Schritte nacheinander? Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Was kommen da für Kosten auf einen Zug? Gibt es da vielleicht Punkte, wo man im Gegenzug ein bisschen was sparen kann, wenn man die eine Idee größer machen möchte? Da muss ich natürlich auf den Kunden drauf eingehen. Also es hat wieder damit zu tun, ich muss halt den Menschen gegenüber, ich muss den einschätzen können. Also ich muss irgendwie schon eine soziale Kompetenz mitbringen, um einem Kunden begegnen zu können, dass nachher dann auch ein Verkauf am Ende bei rauskommt. Sehr cool. Und am Ende geht es halt nurmals ums Verkaufen. Also das tun viele bei uns in der Branche so abtun, ja ich bin doch Künstler, ich mache doch Film und ich bin doch kreativ. Ja, aber die Brötchen müssen halt trotzdem bezahlt werden. Was ich festgestellt habe, VideoDU ist ja ursprünglich eine Vermittlungsplattform gewesen. Da habe ich ganz viel festgestellt, dass es so nicht funktioniert, weil die Kollegen halt das mit dem Verkaufen nicht so verstanden haben und mit sich selber präsentieren nicht verstanden haben. Die hatten dann immer die Erwartung, dass der Kunde quasi die anschreibt und sagt, ich hätte gerne einen Imagefilm und dass der Kunde auch genau weiß, was er will, was das kostet und da fehlt der komplette Beratungsansatz, genau was du gesagt hast, dass man dann sagt, die und die Möglichkeiten gibt es, das und das können wir mit dem Budget machen, das können wir mit dem Budget machen und wenn sie noch eine Schippe drauflegen, dann können wir noch das und das machen. Genau, ja. Dass der da auch eine Vorstellung hat, weil der Kunde hat keine Ahnung, also ganz viele Unternehmen habe ich kennengelernt, die haben keine Ahnung, was das bedeutet wirklich, was es für Möglichkeiten gibt, was das für Budget gibt. Wenn ich den Kunden sage, wenn der mich fragt, die meiste Frage ist ja, was kostet denn das? Dann habe ich gesagt, wenn sie das Handy rausholen und filmen sie es selber, kostet sie das gar nichts, aber das würde ich ihnen nicht empfehlen, sondern ich würde ihnen empfehlen, dass sie mindestens sich mal hinsetzen und mal von vorne anfangen und wissen, was sie überhaupt wollen. Also das ist, was viele auch gar nicht wissen, dass sie dann, und wenn man sich dann, wie du sagst, die Webseite anguckt oder das Marketing von denen anguckt, dass man dann im Gespräch hinterher erst raus hört, dass das Ziel eigentlich ein ganz anderes ist und das Problem meistens auch gar nicht das Video lösen kann, sondern dass es ganz andere Dinge sind, die der Kunde dann eigentlich braucht. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Wie hast du denn deinen Preis berechnet? Also ich will jetzt nicht wissen, was du da nimmst, aber du hast ja mit deinem Kollegen zusammengearbeitet, jetzt in der Imagefilmbranche, und wie hast du das gerechnet? Hast du dann, wie hast du dir einen Plan gemacht? Das und das muss jetzt unbedingt bei mir hinten rauskommen oder wie hast du das gemacht? Also es hat angefangen damit, wir hatten tatsächlich eine Vorlesung dazu im Studium, die fand ich sehr hilfreich, wo wir mal so einen Beispieltagessatz berechnet haben, unabhängig davon, was in der Branche gezahlt wird, sondern das, was jeder brüchte, um leben zu können. Also ganz klassisch eine Einnahmeausgabenrechnung, sowohl geschäftlich als auch privat aufgestellt und guckt, wie viel muss am Ende des Monats bei rauskommen und davon runtergerechnet, wie viele Tage müsste ich zu welchem Satz arbeiten, dass das am Ende rauskommt. Das war so die ganz klassische Rechnung und da ist bei mir zu meinen damaligen Kosten während dem Studium rausgekommen, ich müsste elf Tage für ungefähr 200 Euro arbeiten und dann wäre ich finanziell safe pro Monat während meinem Studium. Kann sich jeder selber ausrechnen, wie viel das damals war und damit waren alle meine Kosten gedeckt. Und ich hätte noch ein bisschen was zum Leben gehabt, zum Sparen und so weiter. Mittlerweile bin ich über diese Tagesgage etwas hinaus. Also für 200 Euro gehe ich heute eigentlich nicht mehr aus dem Haus. Bei mir ist es tatsächlich ein Mix zwischen Tarifgagen, also was empfiehlt eine Verdi, das ist zum Beispiel immer eine sehr gute Orientierung, finde ich, dann eben zusätzlich die Aufschläge für Freelancer oben drauf rechnen, also locker mal 30 Prozent, die man mit drauf rechnen muss. Dann zum anderen, wer steht mir gegenüber? Also ich bin gerne bereit für ein kleines Familienunternehmen oder für einen mittelständischen, wo ich weiß, das ist ein cooles Unternehmen, die schwimmen nicht im Geld, bin ich gerne bereit, mal für 100 Euro weniger am Tag aus dem Haus zu gehen. Für ein großes Unternehmen wie Bosch oder andere, für die ich gearbeitet habe, da kenne ich keine Gnade. Also da kassiere ich ab, weil ich sage, am Ende wirtschaftet ihr das euch selber in die Tasche. Ich habe keine Aktien für euch, das heißt, ich habe von dem Gewinn von euch gar keinen Vorteil. Deswegen, ja, und meistens wird man ja trotzdem berucht, weil man immer noch günstiger ist wie eine große Agentur. Also das ist ja, also das war zumindest meine Erfahrung. Ich habe Angebote geschrieben an große Unternehmen, wo ich auf meine Gage locker mal 50 Prozent draufgepackt habe und die haben es trotzdem liebend gern genommen, weil ich immer noch um Welten günstiger war wie eine große Agentur, die da nochmal was ganz anderes ansetzt. Ja, das habe ich auch für, also manche, also ich habe schon mit dem Chef gesprochen, da habe ich dann gehört, ja, da hat er das zum Beispiel auf dem Schirm, wie heißt das denn, Videoplattform selber zu machen, um seine Mitarbeiter zu schulen. Dann hat er ja was auf dem Tisch liegen, hier in der Schweiz war das, ich glaube, um die 900.000 Franken, also fast eine Million, wo ich mir denke, bitte. Und dann, wofür? Also, wofür? Fast eine Million Franken und dann ist da noch nicht wirklich irgendwas bei. Also, naja, das kann man auch für, keine Ahnung, wenn ich mir, ich habe einen Vimeo-Account, lade da die Videos hoch, muss ich noch nicht mal, jetzt kannst du auch über YouTube machen, über einen Link, über einen privaten Link und mir dann da selber eine Plattform bauen. Das habe ich zusammengeschustert an einem Tag und also, ich schon manchmal frech, dass Agenturen dann nehmen, ja. Ja, also es ist halt immer so die Gefahr, dass man halt irgendwelchen, also was ich schon von Kollegen mitbekommen habe, die dann halt auch wirklich irgendeinen Ramsch verkaufen. Hauptsache, sie sind günstig. Davon halte ich nicht viel. Es gibt aber, wie du jetzt sagst, auch als Beispiel, es gibt super schlaue, günstige Lösungen, die für viele Kunden wirklich gut sind und vollkommen ausreichend sind und in ihrem Budget liegen, ohne dass sie Tausende von Euros ausgeben müssen. Nur da muss man halt ein bisschen outside of the box denken. Man muss irgendwie nochmal neue Ansätze fahren, was man halt nicht in so vielen großen Agenturen oder großen Produktionshäusern findet. Die haben da einfach einen anderen Standard. Das ist auch völlig in Ordnung. Die großen Unternehmen der Welt, die dürfen auch gern ihre Millionen bei anderen Menschen lassen. Da habe ich gar kein Problem mit tatsächlich. Und dann bei der eigenen Gagenberechnung muss man halt immer auch daran denken, es ist halt dein Gehalt. Das heißt, wenn du an deiner Gage sparst, sparst du nachher an deinem Leben. Das ist so. Sehr gut. Und der Einzige, der davon profitiert, das ist halt nachher dein Kunde. Ja, deswegen, also bei mir gibt es, bei mir gibt es so verschiedene, verschiedene Kategorien an Kosten, wo ich, wo ich handlungs, verhandlungsbereit bin und wo nicht. Und eins ist tatsächlich, die Gagen von mir und meinen externen Kollegen, die sind nicht verhandelbar. Ja, wenn ich sehr gut ein Angebot geschrieben habe, dann sind die fix. Ja. Wir können wegen mir darüber reden, ob mein Unternehmen jetzt 10 oder 7 Prozent Gewinn macht. Ja, das kommt am Ende drauf. Ähm, oder ob wir, ob wir eine große Kamera oder eine kleine Kamera mieten. Ja, darüber können wir gerne reden. Da, da sparst du als Unternehmen, aber du merkst auch, also was du sparst. Du sparst dann halt gegebenenfalls ein bisschen Bildqualität. Ja, ähm, und das ist halt ganz wichtig zu verstehen, dass man, wenn man seine eigene Tagesgage runtersetzt, man nicht irgendwie davon profitiert, sondern es ist halt einfach weniger Geld auf deinem privaten Konto und das vermischen halt leider viele, weil sie kein Geschäfts- und kein Privatkonto haben, sondern sie haben halt nur eins. Ja. Ja. Sehr schönes Statement, ja. Das könnte ich, würde ich so unterschreiben, wenn das schriftlich hätte. Weil das viele, ich habe dem letzten Webinar drüber gemacht, hatte da um die, um die 30 Teilnehmer, ähm, und, und denen sind teilweise wirklich die Augen rausgefallen, was für Preise ich da verlange, nicht, weil es exorbitant hoch ist, ich finde die Preise total realistisch, meine Kunden zahlen sie, ohne mit der Wimpern zu zucken, das heißt, ich kann nicht zu teuer sein, weil die wenigsten wollen verhandeln und ich kann halt gut leben davon und dann habe ich halt Kollegen, die machen gleiche Filme für einen Bruchteil des Preises und wundern sich, warum es am Ende des Monats nicht reicht. Und beschweren sich dann auch über den Kunden, dass der so doof war, Ja, ja, natürlich. Weil das Problem ist, dass du ja mit dem niedrigen Budget auch die falschen Kunden anlockst. Das kommt da auch dran, ja. Ja, cool. Du machst Webinare über sowas? Wusste ich gar nicht. Ja, ich habe letztes Jahr im November eine Webseite gelauncht, die heißt berufsberatung-film.de, Entschuldigung. Und ja, und da biete ich zwei verschiedene Coaching-Programme an, was einfach auch aus der Nachfrage herausgewachsen ist. Ich habe immer wieder in den letzten Jahren Leute begleitet, die entweder frisch in die Branche starten wollten, sprich Schüler, die sich überlegt haben, in den Film zu gehen und dann wieder andere, wie zum Beispiel Studenten, die ihre Selbstständigkeit gestartet haben und dann aber erst mal mit Fragezeichen in den Augen dastanden, so wie kalkuliere ich, wie mache ich ein Angebot, was muss ich denn da überhaupt machen, Versicherungen, KSK, was ist das überhaupt? Und die habe ich begleitet, einfach so, weil es meistens irgendwie Bekannte waren oder Studenten, bei denen ich Vorlesungen gemacht habe oder sowas und die dann einfach gefragt haben. Und letztes Jahr im November habe ich dazu eine Webseite aufgesetzt, habe zwei Coaching-Programme entwickelt und im Zuge dessen hatte ich dann eben ein Webinar zum Thema Projektkalkulation gemacht. Sehr cool. Ja, klingt sehr, sehr spannend. Ja, mittlerweile ist die Webseite-Aktivität wieder ein bisschen runtergefahren, weil ich einfach gerade einen anderen Fokus habe, aber trotzdem, dieser Coaching-Bereich ist nach wie vor da und das habe ich auch immer wieder, dass ich da Leute begleite. Ähm, aber die Block-Aktivität, die ich da jetzt da gerade habe, die, ähm, ja, schläft gerade ein bisschen, weil ich zu viel anderes zu tun habe und ich kein Fan davon bin, von zu vielen Baustellen, wo am Ende jede Baustelle nicht fertig wird. Das ist so, ja. Das ist, bei meisten ist das dann, bei vielen ist das so, ich muss mich da selber auch zurücknehmen, dann fällt mir das Projekt ein und das Projekt ein und ich würde gerne das nochmal und das nochmal, weil es auch interessant ist und da muss man sich wirklich zurücknehmen und gucken, was macht einem Spaß, was bringt einem wirklich das Geld und, äh, wenn man unterm Strich sich das anguckt, dann, äh, sollte man nur das machen und diese Financesachen nur machen, wenn man dann wirklich auch mal Zeit dafür hat. Das ist ja meistens dann nicht so. Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt eine Festanstellung habe, bin ich da ein bisschen in der komfortablen Lage, dass ich mich nicht jeden Monat um mein Gehalt kümmern muss. Das kommt halt, sag ich mal, automatisch dafür, dass ich dort arbeite. Dafür tue ich mich auch zu viel verpflichten im Gegensatz zur Selbstständigkeit. Ähm, aber da geht es mir dann tatsächlich bei so selbstständigen Projekten nicht immer mehr darum, mir eine goldene Nase zu verdienen. Also dieses Coaching-Projekt ist einfach, weil ich brutal Spaß dran habe und ich selber Leute vor Fehler bewahren möchte, die ich selber gemacht habe. Ähm, und, und ich einfach sehr gerne mit Menschen arbeite. Cool. Also, aber da ist tatsächlich einfach die Sache, ich kann das eine nicht machen gescheit und das andere gescheit, sondern ich kann halt aktuell nur das eine oder das andere machen. Und da habe ich mich halt jetzt gerade eher für die Familie entschieden, als für noch ein, äh, Selbstständigkeits-Liebhaber-Projekt. Das kann ich sehr gut verstehen, ja. Ich würde gerne zum Schluss kommen, Schnellfragerunde. Ich würde dich gerne einfach noch so ein paar Sachen fragen, wo du einfach, wenn ich dich gefragt habe, einfach drauf antworten sollst. Äh, bist du bereit? Los geht's. Los geht's. Los geht's. Ähm, die drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Äh, Vorbereitung, Gutes, ja, was sagen wir mal, Vorbereitung. Das ist so mein, mein wichtigster Tipp. Und ansonsten eine gute Crew, die weiß, was sie tut. Ähm, und, äh, Spaß bei der Arbeit. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Handlich muss sie sein. Also nicht, nicht zu schwer, nicht zu groß. Viele Schnellzugriffe. Einfaches Menü. Kein Touchscreen. Okay. Dein Lieblingsbuch ist? Mein Lieblingsbuch? Also zur Zeit dieses Live-TV-Produktion. Das lese ich zur Zeit sehr gerne. Dein Lieblingszitat ist? Äh, Think Big, Make It Real. In fünf Jahren werden Videos? Auch hoch kann zu sehen sein. Dein Vorbild ist? Ui, das ist schwierig. Es ist mehr, es ist mehr ein, ein, eine Lebenseinstellung als eine Person. Ähm, wo, wo es weniger drum geht, also weniger ich bezogen zu sein. Und, äh, mehr Wirkung zu erzielen. Ja. Also es ist nicht wirklich eine, es wirkt nicht wirklich eine Person. Ja. Okay. Ähm, wie kann man dich erreichen? Deine Webseite? Deine E-Mail-Adresse? Äh, Webseite, dort findet man auch meine E-Mail-Adresse. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram, ich, äh, bin über den Sender zu erreichen, bei Hope TV. Was habe ich noch? Ich bin auf LinkedIn. Äh, ein paar Leute haben meine Handynummer. Ja. Also es ist eigentlich wurscht, erreichbar bin ich da, wo man mich findet. Sehr coole Antwort. Ja, ich danke dir tausendmal, Simon, dass du für mich Zeit hattest. Das war ein richtig cooles Interview. Ich habe wieder extrem viel gelernt, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und, äh, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen und, ähm, ich hoffe, wir machen das bald vielleicht nochmal und, äh, ja, war wirklich sehr cool. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Du bist Filmemacher oder Videograf und willst 2021 zu deinem Jahr machen? Du bist noch am Anfang oder schon mitten in deiner Selbstständigkeit und willst deine Skills als Filmemacher aufs nächste Level bringen? Dann komm zum Videomastery Online Event im März 2021. Das erste Seminarevent speziell nur für Filmemacher. Profitiere von dem Wissen jahrelanger Erfahrung in den Bereichen Technik. Raw bedeutet nicht immer komplett unkomprimiert. Die Qualität hängt eben von dem Job ab. Die Praxis am Set. Und hier sind so ein paar Tipps, die ihr in der Praxis direkt anwenden könnt. Da seht ihr ganz gut, wie man unterschiedliche Arten zu filmen einfach einsetzen kann. Und dem Marketing. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, habt ihr dann zum Beispiel acht Anfragen. Dann schreibt mir in der Agentur, hey, hättest du Lust für JBL zu filmen? Und dann durfte ich zu Boateng nach Hause. Mach ich gerne. Sei auch du mit dabei und lerne bequem von zu Hause aus von unseren Speakern. Mike Zuminski, Ferdi, Stefan Lutz, Paul Leporter, Robert Miller, Paul Misty, Walter Weber, Gordon Wolfertz von Filmemaker Marketing, Clemens Bittner und Sven Sulik. Diese Geschichte allein fand ich mega inspirierend. vieles baut eben nun mal auf Handeln und Umsetzen auf. Entweder man tut es jetzt oder man tut es gar nicht. Ja, ich habe so viel mitgenommen. Ja, ich habe so viel mitgeschrieben. Tag hat sich schon wirklich gelohnt. Das Geld hat sich wirklich gelohnt. Ich glaube, das hätte ich nicht besser investieren können. Und da ist gut zu wissen, wie andere arbeiten. Das hilft mir auch, wieder eigene Ideen zu entwickeln. Wissen, welches man eben nur in diesem Seminar mitkriegt. Das kann man sich nicht eben auf YouTube und sonst wo angucken. Also, wo ist das Lob nochmal? Die Speaker wirklich super, richtig geil. Und das Krasse ist, so ein Event gab es vorher noch nicht im deutschen Raum. Einfach mal so ein kompletter Seminartag mit verschiedenen Speaker nur für Filme machen. Sichere dir jetzt deine Tickets für die Video Mastery 2021.